Yo Leute, was läuft, was geht. GambleJoy ist zurück, eine neue Folge. Wir sind im Amun-Ra-Casino, ihr habt es gesehen, ich habe eine Balance von 2000 Euro aufgebaut. Ich habe mich nochmal an das Game hier Hippo Op zurückerinnert. Fand ich eigentlich ganz cool. Und ich werde jetzt mal da reingehen und hoffen, dass ich einfach mal... Okay, perfekt. Diese mal zwei Api-Swinds kriege. Habe ich nicht gekriegt, deswegen, damit mir das jetzt nicht nochmal passiert und wir sind ja jetzt schon 500 hinten, hole ich die so nochmal. Ansonsten spiele ich das Game gleich nochmal. Normal, glaube ich. Bevor der mir hier alles wegbuttert. Das Game hat es mir ein bisschen angetan. War ja ein Abo-Wunsch letztens. Und ich dachte, vielleicht kann ich hier mal was holen. Heute im Amun-Ra-Casino übrigens, falls ich das noch nicht gesagt habe. Komm. Ja, du musst natürlich jetzt hier auch mal was bringen, ne? Jawohl. Big Win. 72 Euro. Ja. 100 Euro bisher. Ach, hör doch nicht auf. Okay, nice. Jetzt diesen Braun da, ein paar Mal. Ah, 142 Euro, ja. Ja, komm, roll nochmal. Dann sind wir auch schon 700 Euro down. Ich muss da echt ein bisschen aufpassen in diesem Game. Gerade wenn es jetzt um Bonus-Bice geht. Mit fünf Spins. Okay, 24 Euro, immerhin. 96 Euro. Das brauchst du halt mal, wenn du echt hoch bist. Jetzt hau' mal ein bisschen was raus hier. Hippopop. Weiter, weiter, weiter. Höher, höher, weiter. Hier. Jawohl. Nice. 42, okay, jetzt. Jetzt sind wir, das brauchen wir schon noch. Nice. 43, jetzt die Ks. Hier, paar Ks. K, K. Ja. 97, nice. 201. Jetzt knall mal einen raus. Jetzt sind wir bei mal 10. Ja, klar kommt da nichts, ne. Ja, 298 Euro ist schon nicht schlecht. Bei 255. Aber das war wirklich kurz davor, dass man richtig was abgeht hier. Wir kaufen weiter. Wir kaufen weiter. Gewinne. Ey. Ey, dann knallt der mir immer so'n Ding da rein, ne. Aber immer nur, das mal bei mal 10 und dann geht's auch schon in die richtige Richtung, ja. 274 Euro aktuell. 81 Euro, ey, ja, 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 ja. Komm, noch einmal. Diese 12 würde ich eigentlich gerne mal haben. Hatte ich jetzt noch nie. Könnt ihr mir auch mal reinschreiben. Lohnt sich wahrscheinlich echt gut, ne. Come on. Zwei gelbe. Okay. Jetzt zwei gelbe. Noch besser sind da ein paar mehr. Jetzt ein gelber. Komm mal raus. Kriegst ja wohl hin jetzt. Mal sieben. Kriegt er natürlich nicht hin. Jetzt die gelben. Okay, nice. Jetzt macht die gelben. Come on, mal neun. Jawohl, 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 jawohl. Mal neun. Patz, 216. Nice. Mal zehn. Jetzt weiter. Weiter. Auch noch mal ihn raus. Mal zehn. Mal elf. So, waren wir glaube ich noch nie. Jetzt gewinnen, gewinnen. Klar. Dann hört der wieder auf. 258 Euro. So, ja, schon okay so, aber ich will das eigentlich machen, aber wenn der mir dann wieder wegfällt. Ich weiß nicht, wie oft der da positiv geht, aber jetzt einfach, genau, einfach die ganze Zeit mal Gewinne ziehen. Von Anfang an. Du musst noch ein so ein Ding da rein machen. Kriegst du hin. Komm schon, Hippopop. Check uns, was du kannst. Let's go. Komm, ein so ein Ding da rein. Mal sieben. Jawohl. Okay, jetzt links den gelben oder in der Mitte den, das Pferd. Den Pferd. Jo. Komm schon. Mal acht. Jawohl. 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 160, ne? Ja. 153. Nice. Weitermachen. Gelb. Dann hört der immer auf, ne? Okay, nice. 54. Jetzt bau mal auf. Mal zehn sind wir schon. Mal elf. Das kann es doch jetzt hier werden. Bau mal auf. Mal elf. Hört der immer wieder auf, ne? 271. Ja, war jetzt auch nicht schlecht so. Aber der soll uns mal jetzt hoch bashen. Einmal. Ja, da muss jetzt viel passieren. Muss schon viel passieren, finde ich. In dem Game. Aber ist auch insane spannend. Okay, nice. Der hat uns auch mal fünf hochgeholt. Immerhin. Mal sechs jetzt. Mal sieben jetzt. Mal sieben. Mal acht jetzt. Ich sag's einfach voraus. Komm. Mal neun jetzt. Nice. Mal zehn jetzt. Komm, jetzt. Jetzt kannst du mal einen Burner bringen langsam. So, jetzt den Blauen hier überall. Mal zehn. Kann ja nicht einmal den Blauen da rein tun. Komm schon. Mal elf jetzt. Mach mal zwölf. Jawohl. Gelb. Blau. Gelb. Blau. Let's go. Komm, 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 komm. Einmal einen Burner hier kriegen. Ach. Mal 13, Junge. Da musst du was scheppern. Hau einen raus. Hau einen raus. Du kannst es doch jetzt. Hier in grün einfach. Ach. Oh. Mal 14, Leute. Ach. Meint ihr, der knallt jetzt noch mal. Ei, ei, ei. Gute Plikator mal zwei. Ja, gut. Schmutz. Muss direkt jetzt hochgehen. Jawohl. Ja, das hätten wir vorhin mal 14 gebraucht. Ja, okay. Sechs Euro. Aber immerhin. Ja, klar. Komm mal was raus. Ja, das ist jetzt gleich schon vorbei, wenn ihr nichts mehr macht. Hier muss K. Machen K und dann mal sieben. Ja. 144. Ja, dann mach jetzt mal ein paar Hip-Buster rein auch. Ja, mach der nämlich eh nicht. Ich hab das noch nicht einmal gekriegt. Dieses Game, Alter. Hau was raus. Let's go, come on. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Guck mal hin. 48. Ja, mach nochmal was. Leute, das war leider nix. Ich höre jetzt hier auf. Viel Spaß mit dem neuen Video. Falls auch mal zum Beispiel, checkt die Links in der Videobeschreibung. Vergiss nicht, Glücksspiel kannst durch die Mannschaft. Spielt bitte nur mit dem Game, was sie braucht. Haut rein, macht's gut. Euer Game, mit euch. Ciao. Au woman-Amoin. Ja.